POV. Dein Crush betrügt dich mit deiner Schwester. Du kannst mich nicht zufällig jetzt am Nordwald abholen, oder? Am Nordwald? Was ist denn passiert? Lange Geschichte. Können wir später darüber sprechen? Folgender Deal. Ich mache mich jetzt auf den Weg. Und du erzählst mir währenddessen, was passiert ist. Na gut. Nils hat Jana und mich für eine Fotosession in den Wald eingeladen. Und damit wir auch schöne Nachtaufnahmen machen können. Wollten wir da zelten. Hat er dich endlich mal eingeladen? Ja, ich hatte mich schon riesig gefreut. Ich stehe einfach so sehr auf ihn. Warum wollte er Jana mitnehmen? Wir haben beide kein Auto. Und so wären wir mobil. Wir teilen uns dann einfach ein Zelt. Jana kann ja alleine schlafen. Das hat er geschrieben? Jawohl. Das klingt doch super. Das dachte ich auch. Es war auch ein super Ausflug. Wir haben einen tollen Platz gefunden. Ein paar Bilder gemacht. Und dann beim Lagerfeuer gewartet, bis es dunkel wurde. Und dann? Dann hat er mich gebeten, Feuerholz zu suchen. Damit wir in der Nacht noch schöne Bilder schießen können. Und als ich nach einer Stunde zurück war, waren sie verschwunden. Wo sind sie denn hin? Sie waren im großen Zelt. Und haben sich vergnügt. Und das tun sie gerade immer noch. Bitte was? Ja, schlimmste Nacht meines Lebens. Wo sind eure Sachen? Wir lagern alles im Auto. Weil wir direkt an einem Waldweg sind. Hast du die Schlüssel? Ja, sie haben alles vorher hier ausgezogen. Handy auch? Ja, ist in den Hosen. Perfekt. Dann pack alles leise ins Auto. Schließ ab und geh in Richtung Straße. Ich denke, eine Nacht ohne alles im Wald tut ihnen gut. Ich sammle dich dann auf der Straße ein. Du bist der Beste. Du bist der Beste.